Kann man eigentlich mit dem Golfwagen da rein? Ey, man kann mit dem Golfwagen da rein! Nein! Ey! So, wo gehen wir direkt hin? Paradise Palms. Oh, das ist schon ein Stück, ja. Ey, das ist ein zweites Mal passiert. Das hatte ich ja, guck mal, das ist das Problem. Das zweite Mal hintereinander ist mein PC gerade abgestürzt. Aber gestern zum Beispiel hatte ich das gar nicht, ohne Probleme. Ich verstehe das nicht. Also fliegen wir erstmal zum Paradise Palms. Diese neue Position. Das ist gerade die neue Position in Fortnite. So, hier oben haben wir eine Truhe. Boah, ich hatte gerade so eine heftige Aufnahme, wie ich einen Typen aus seinem Golfwagen rausgeholt habe. Diese kleine Peach. Wo looten wir hier erstmal? So, was gibt es hier Schönes? Aha. Hier gibt es nichts. Okay, da ist schon jemand. Granaten kann man immer gut gebrauchen. Ich glaube, hier ist einer bei mir. Ja, da ist einer bei mir. Da war einer bei mir. Tut mir leid. Alter, hier ist einfach niemand. Ganze Stadt gehört mir. Ist meine Stadt. Ich fühle mich, ich habe gerade echt das Gefühl. Bis ich gleich irgendjemand da kommt. Ah, ein Golfwagen. So, einmal Golfwagen. Ein bisschen Cruising. Die Zone ist sogar bei mir. Kann man eigentlich mit einem Golfwagen da rein? Ey, man kann mit einem Golfwagen da rein. Nein. Ey, man kann mit einem Golfwagen da rein. Geil. Oh, Ska Hayat. Ich kann einfach bitten. Dieser Golfwagen ist der neue Benzer V8-Motor, bro. Ey, was macht der? Was war das denn gerade? Ist der behindert? Hä? Aber man kann auf den Golfwagen fangen. Das haben die clever gemacht. Da ist ein Teleporter. Oder ein Bruch. Oh, ey, Lama, Lama, Medo, Lama. Bleib mal stehen. Ah, schwierig. Das erklärt, warum ich in der Probezeit bin. Wenn ich wüsste, wo die Gegner sind. Moment, ich check die mal eben aus. Ist da unten jemand? Kannst du gut die Gegner so ein bisschen observieren. Wo sind die Gegners? Wir haben uns leider Gottes gepatcht, dass man schneller abbauen kann, ja. Keine Pitches. Ah. Woher kam der? Woher kam der? Ah. Da oben auf dem Berg? Woher kam der? Ah, unter mir. Ah. Sorry, ich hab mich gerade verklickt. Ich wollte den snipen. Das ist die beste Klasse, die man im Spiel haben kann. Guck ich euch das an. Ein Sniper. Eine Pumpgun. Ein P5. Und eine Ska. Und ein bisschen was zu trinken, Bruder. Für miese Zeit. Okay, hier ist jemand. Versuchst du da, sei mal ehrlich. Der wusste auch nicht, wohin. Ah, schwierig. Bleib doch mal hier, Mero. Ich will diesen Golfwagen holen. A-Zone kommt. Scheiße. Warum sagt mir keiner Zone, Mann? Bitte, Leute, ihr müsst mit mich spielen und mir sagen, dass die Zone kommt. Ich achte da nie drauf. 200 Tacken investiert. V-Box. Auf euren Nacken. Das ist jetzt gerade der höchste Skin, den man haben kann im Battle Pass. Der hier, dieser Resho. Mit seinem Plüschtier auf dem Rücken. Mein PC hat heute zweimal Auge gemacht, Alter. Und das in sehr kurzer Zeit. Du willst bauen? Komm, wir bauen, Bro. Normalerweise muss man das Ding runterschießen. Das Ding muss man normalerweise runterschießen, ja. Ey, der hat doch gerade voll den... Der wusste, was ich mache, ja. Bro, du gehst mir ein bisschen auf den Sack. Mittlerweile nervst du mich jetzt. Bro, I'm in Nahräumen. Was geht ab, Leute? MGP am Start. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Hoffe alles fresh bei euch. Heute Season 5 ist am Start. Ich habe Season 5 schon auseinandergenommen. Alle schon gekauft, ja. Lass mal ein paar Leute hier auseinandernehmen. Gehen wir mal direkt mal hier auf Tilted. Naja, auf Tilted auch schon. Das soll Main sein. Gehen wir direkt mal zu Main. Na, Jungs. Ah, weg da. Aber ganz schnell. Gib mir eine Waffe, bitte, bitte, bitte. Ich bin so low, ich muss jetzt aufpassen. Ah, ich bin so low. Trottel, push doch nicht, wenn ich dich angeschossen habe. Oh mein Gott, er ist so low. Ich bin aber auch so low. Egal. Hätte ich mal gegen seinen Kopf gezählt, dieser kleine Hansiros. Ach, korrekt. Ah, korrekt. Und Kiste. Haha. Mit Granaten. Kleiner Pilsch. So, haben wir irgendwelche Bandagen. Gebt mir Bandagen. Ey, geh mal was zum Bandagieren. Die kann man noch ein bisschen schwimmen gehen, wenn man Bock hat. Ein bisschen legen, ein bisschen Sonnen für die Bräune, für die Ladies. Hansiros, Maximus. Push my human. Oh mein Gott. 10 AP. Oh. Direkt auf Paradise. Paradies. Ey, ey, yo. Wey. Ich mag aber diese Position, ja. Gefällt mir, dieser Spot. Seitdem ist Tilted auch leer. Boah, gehst du genau auf Main. Genau auf diesen Tower da. Uff. Hayat. Guck mal, sein Bart an. Mirow, warum ist dein Bart blau? Schwierig. 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 Ah. Wer ist auch noch eine Granate reinwerfen können, du Zombie. Boah, was ist denn hier? Geht mir ganz schnell. Nein. Das war dumm von mir. Haha. Rambo. Al Playa. Vamanos. Senor. Okay. Biggie. Biggie, korrekt. Das brauche ich gerade. Trink, als ob ich dich dafür bezahle, du Gräscho. Was macht der da? Ich höre, keine Ahnung, was der gerade gemacht hat. Da hinten ist noch ein Peach. Guck mal der. Oh, der hat den vollen Sniper Shot gegeben. Oh, der hat den vollen Sniper getötet. Abonniert den vollen Sniper pumpkin hin crude.